Ich werde häufig gefragt, worin mein Geheimnis zum Erfolg liegt. Das Geheimnis liegt darin, dass es kein Geheimnis gibt. Zeige Demut, sei hungrig und bleib stets der härteste Arbeiter im Raum. Im Jahre 1995 hatte ich 7 Dollar in meiner Tasche und wusste zwei Dinge. Ich bin in der Hölle und werde es eines Tages nicht mehr sein. Mit Antrieb und ein wenig Talent kannst du Berge versetzen. Hab keine Angst, ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Harte Arbeit hört nie auf und deine Träume sollten es auch nicht sein. Blut, Schweiß und Respekt. Die ersten beiden gibst du, letzteres wirst du erhalten. Sei entschlossen, geh zufrieden ins Bett und irgendwo dazwischen ist ein Keks. Sämtliche Erfolge im Leben basieren hierauf, Fokus und Anstrengung. Und wir kontrollieren beides. Jeder Erfolg beginnt mit Selbstdisziplin. Es beginnt mit dir. Ich nutze gerne die schweren Zeiten der Vergangenheit, um mich heute zu motivieren. Es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit. Bleib stets bescheiden und hungrig zugleich. Ich denke, das war eigentlich zu pierwszym Mensch. So eine gute Anstrengung. Stufe